Was war das für einer Grey? Weiß nicht, kommt in keinem meiner Bücher vor. Wir müssen zur Tante Claire zurück. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu... ...Jurassic World. Ah, dumm. Okay, was weiß ich, die kann ich springen lassen. Ach, du Scheiße. Auch nicht schlecht. Ja, aber willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Wir sind uns wieder irgendwie in einer Freihild unterwegs. Und mussten beim letzten Jahr vor... ...ich ein kleines Fleck flüchten. Wir müssen mal gucken, was uns die erwartet. Wer kann das Ding reparieren, heißt das? Okay. Zwölf und zwölf. Na bitte, wir haben einen Stein gefunden. Wow. Was ist das? Hm? 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 So, dann haben wir mal diese Schlage aktiviert. Und da müssen wir hin. Und dann ist das Spiel schon rum? Nee, Leute, das kann nicht sein. Erstmal gucken, ob wir da oben reinkommen, bis nächstes Abenteuer beginnen. Rein ins Abenteuer. Wurden auf Madagaskar gefahren, okay. Tante Claire schickt sicher jemanden, um uns zu suchen. Wir warten hier. Er wird uns finden. Wird er nicht. Lass das. Ego skydiert er, keine rouge flucht. Das, was er geht sonst? Was du verk estabest? Mars garantiert Mann, 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 Mann... Mann, Ich bin auf jeden Fall wieder im regulären Abend. Ja, können wir. Ich sehe einen Schokoriegel auf dem anderen Regal. Ich kann ihn durch den Schachter reißen. Ja, nee, ist klar. Warte eine Sekunde. Geschafft! Ich glaube, ihm schmeckt's. Und jetzt wollen wir noch Eis. Hier muss der erst mal wieder ran. Diese sogenannte Maschine wird zusammenfuchteln. Ganz schön dunkel da drin. Keine Sorge, ich regle das. So, besser so? Ja. Oh, oh, oh. Das kam jetzt. Unerwartet. Dann geben wir dem mal das Eis. Ich glaube, ihm geht's schon besser, Zack. So ist noch... Fleisch finden. Das finden wir bestimmt hier drüben auch noch. Das ist noch ein bisschen was zerstören. Vielleicht kommt hier noch irgendwas Brauchbares bei raus. Sieht aber nicht so aus. Ah, hier kann man noch was machen. Da kann nur der Ola ran. Oh. 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 Was ist das? Ah, hier liegt das Fleisch. War ja klar. Ich frage mich, wie frisch das ist. Ich hoffe, das reicht. Hat es. Er sieht schon viel munterer aus. Na toll. Jetzt folgt er uns. Hä, wir haben einen neuen Dinosaurier. Ah ja. Mit dem kommen wir bestimmt hier. Wo will er hin? Ich glaube, er mag uns. Kann sein. Kann sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Suchen wir einfach nochmal weiter Hier oben gab es noch einen Schalter für das niedliche Viehchen Schalter für das niedliche Viehchen Schalter für das niedliche Viehchen Na los, rüber mit dir, Grey. Der fährt nirgendwo hin. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderrad. Benzin braucht es sicher auch. Hab den Sprit. Und eine brennende Fackel in der Hand. Geil. Hab den Sprit. Und eine brennende Fackel in der Hand. Das ist auch nicht schlecht. Sprit. Check. Was jetzt? Was meinst du, wie wir das Rad herunterbekommen? Vielleicht kann uns der Kompi nochmal helfen. Klar doch. Ich könnte ihn danach werfen. Zack. 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 Hmm. das habe ich aber zu früh ausgelöst das ist ärgerlich wenn es aufgrund dessen jetzt rumbacken würde ja 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 ich stöne nicht so eine tennis-spielerin mach lieber das ding hier ganz wer geht da rein du mini vogel ich schätze mal hier können wir gleich schon bei dem auto genug krass anrichten aber ein tag fehlt uns noch so 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 können wir wieder irgendwas bauen ok also wir suchten einen motor super wir bauen ihm gerade die batterie ein motor mal sehen ob er anspringt so 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 Wir haben sie den zum Laufen gebracht. Aber, Leute, wie das zu Ende geht, ne? Alles okay. Ich glaube, es weiß nicht, wie es hier reinkommt. Aber wie es uns dazu bringt, ihn rauszulassen. Tja, wie das? Oder auch nicht? Oder doch? Oder... Keine Ahnung. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.